Hallo zusammen, ich bin Ellen und ich bin Raul. Wir sind zurzeit in der Ausbildung als BAG. Wir zeigen euch heute einen kurzen Einblick in unseren Betrieb, in die Zurzeit-Care und in unseren Alltag. Also, let's go, kommt mit! Wir helfen den Patienten zurück in die Selbstständigkeit, indem wir sie fordern und in die Therapie bringen, mit dem Ziel, dass sie am Schluss selbstständig in den Alltag zurückfinden. Jeweils beim Dienstwechsel geben wir zu den zuteilten Pfleger und Pflegerinnen einen Rapport ab. Im Rapport wird besprochen, was wir in dieser Schicht gemacht haben und was passiert ist. Danach lesen wir uns in unserem Programm am Computer ein und notieren alles Wichtige auf unserer Stationsliste. Somit sind wir parat für den Tag und für die Pflege. Wir werden täglich bei unseren Patienten den Blutdruck messen, Medikamente richten und andere medizinische Tätigkeiten ausführen. Wie zum Beispiel Blutentnahme, die dann im zweiten Lehrjahr kommt. Offen am interessantesten manuell Blutdruck messen, weil man einfach mehr aufs Gehör hören muss als mit dem Gerät. Wir haben gerade im Seidreit im Thermalbad und zum halben Preis kommen wir ins Spa und ins Gym. Wir haben zwei Tage der Woche Schule. Dort lernen wir Sachen, die dann im UK repetiert werden und die wir dann nach dem UK auch im Praxisalltag ausüben dürfen. Man merkt auch, wie viel man schon kann in dieser kurzen Zeit, in der man eigentlich da ist. So, jetzt haben wir einen kurzen Einblick in unseren Alltag und in unseren Betrieb bekommen. Wir würden uns freuen, dich in unserem Team willkommen zu heissen. Bewirkt dich doch und erlebe mit uns eine coole und spannende Zeit. Tschau zusammen!